Hallo und willkommen zum ersten Teil meines Let's Plays von The Excavation of Hobbs Barrow, einem Horror Point und Click Adventure von Cloak & Dagger Games, herausgegeben von WodgetEye. Das Video stammt aus einer Streaming Session auf Twitch, daher nehme ich meist mehrere Folgen am Stück auf und schneide Pausen heraus. Außerdem füge ich Kapitelmarker hinzu, diese findet ihr unten in der Beschreibung und in der Abspielleiste. Wir spielen das Spiel auf Englisch mit Untertiteln. Ich freue mich auf eure Fragen und Hinweise in den Kommentaren und wünsche gruselige Unterhaltung. Genau, willkommen zurück zu Excavation of Hobbs Barrow. Da haben wir beim letzten Mal hier die Protagonistin, deren Name mir leider schon wieder entfallen ist, ist in dieses Dorf gekommen, wo wir eigentlich verabredet waren mit einem Typen, der uns einen Hügelgrab, so habe ich das mal übersetzt, zeigen wollte. Wir sind offensichtlich eine Forscherin, die sich mit diesen Gräbern beschäftigt und dazu ein Buch schreiben möchte und wir wurden eingeladen, uns dieses hier anzuschauen, dieses Grab. Und wie gesagt, sollten wir uns hier in diesem Inn, in dieser Pension verabredet waren wir da und sollten uns treffen. Der Herr, der uns da hingelotst hat, ist aber nicht erschienen. Dafür haben wir uns mit einem Betrunkenen unterhalten, der meinte, er kennt ihn. Und nachdem wir ihm einen Ring spendiert haben, war er sehr betrunken, ist aufs Klo gegangen und dann verschwunden. Also alles sehr mysteriös. Mysteriös. Und ja, daraufhin haben wir uns hier ins Bett begeben und ausgeschlafen und hatten einen sehr eigentümlichen Katzentraum. Das war so knapp zusammengefasst. Genau, mysteriös. Das war so zusammengefasst, das, was wir hier in der letzten Sitzung durchgemacht haben. Oh, das musste ich ein bisschen meinem Lautsprecher, also meinem Kopfhörer nachregeln, damit ich noch höre, worum es im Spiegel geht. Genau, ja, das Zimmer hatten wir beim letzten Mal schon. Das Zimmer hatten wir beim letzten Mal schon erkundet. Hier gibt es diverse lustige Bilder und Teller, die an den Wänden hängen. Wir haben eine Kiste und da haben wir irgendwie Sachen runtergebracht. Ist es nicht so spannend. Von daher gehen wir hier mal raus. Achso, wichtig wäre, wir haben, wie gesagt, geträumt, dass uns die schwarze Katze nachts besucht hätte durch diese Tür. Die war aber abgeschlossen, als wir morgens aufgewacht sind. Also sehr eigentümlich. Sehr eigentümlich. Gut. Schauen wir mal, was heute passiert. Guten Morgen, Miss Bateman. Guten Morgen, Stanley. Genau, Miss Bateman. Genau, der einzige Typ, mit dem man hier einigermaßen reden konnte, ist Stanley Kemp, der Besitzer dieser Einrichtung. Der war ein bisschen, also der war ansprechbar. Alle anderen wollten nicht mit mir sprechen, weil ich von außerhalb komme. Oder war betroffen, betroffen. Das hat nicht so viel gemacht. Genau, ich habe auch heute wieder meine Trusty Maus dabei, damit ich nicht mehr eine Touchpad spielen muss. Okay, wir können jetzt lügen, oder wir können ihm die Wahrheit sagen. Ich würde fast dazu neigen, ihm die Wahrheit zu sagen. Ich meine, es war ja seine Katze. Oder vielleicht ist es auch nicht seine Katze, aber wir haben die hier schon gesehen. In dem... Not really. I have the rather queer recollection of a cat entering my room last night. A cat, you say? Yes, an odd-looking grey one. I must have been dreaming, as I locked the door and windows before I went to sleep. I saw a similar cat in the lavatories while searching for Mr. Tillett. Ah, Herbert. Oh, he's a harmless thing. He comes in now and then searching for scraps. Indeed. Seeing him in the lavatories must have conjured up the strange dream. The mind is capable of manifesting frightful things, Miss Bateman. I'm happy to report the rain of yesterday has lifted. It's a clear morning outside. Crisp. I've prepared a room for your assistant. What time will he be arriving today? His train will get in around midday. Kenneth will also be bringing my excavation equipment. Oh, I? What does that entail? Picks, shovels, buckets, lighting and such? He usually packs it in a large crate. Come to think of it, I'll need somewhere to store it. You're welcome to use the alley behind the inn for any such bulky items. Hm. Okay. Ja, vielleicht hier nochmal kurz zusammengefasst. Die Idee ist eben, dass wir diese Ausgrabungen machen an diesen Gräbern. Historische, äh... Mittelalterliche, weiß ich nicht, Gräber. Wir haben noch keins gesehen hier in dem Spiel, aber offensichtlich haben wir uns schon andere angeguckt und wurden eben auf dieses hier aufmerksam gemacht. Und dieses Ding, dieses Grab, soll Herr Hobbs Barrow heißen. Aber alle, die wir hier bisher gefragt haben in diesem kleinen Ort, wissen nichts davon. Und wir wurden sozusagen unter der Prämisse dahin gelockt, dass das eigentlich ein relativ regional bekanntes, ähm... Und jetzt kommt noch unser, ähm... ...unser Assistent Kenneth, der bringt unser ganzes Equipment mit. Ja. Ja. Das heißt, Kapital, danke. Also, ich würde gerne einen Honest Establishment machen. Und, ähm... ...wenn ich nicht ehrlich bin, mit dir, lass. Ich bin auch von Hobbs Barrow. Ähm. Du? Hm, okay. Also wir haben uns alle irgendwie nicht gesagt, dass sie das kennen und offensichtlich ist das wieder eines dieser mysteriösen Dinge, warum die ihn gelogen haben. Mr. Shoulder ist übrigens der Mann, der uns gerufen hat. Warum muss ich beware of Mr. Shoulder? Der Mann hat eine bestimmte Reputation. Für was? Du hast es bereits gesehen. War er hier zu treffen, letzte Nacht? Nein. Precisely. Ein Mann nicht zu sein. Wo ist Mr. Shoulder? Ich kann sagen für sicher. Als ich gesagt habe, er ist ein quietes Mann und bleibt zu ihm selbst. Er nur kommt in hier zu collecten, das führt mich zu glauben, er lebt ein fairer Distanz away. Und sicherlich nicht in der Village selbst. Might someone around Bewley be able to help me find him? You could ask around. As I say, lass, Bewleyfolk mean well. Don't forget that. Why lie to me about Hobbs Barrow? I know, lass, I know. I feel dreadful. But why? What are these stories you speak of? I really can't tell you more. If you insist on visiting that place, you'll have to seek out Mr. Shoulder. He brought you here. He should be the one to tell you. I must say, Mr. Kemp, this is all quite puzzling. I've never let local superstitions stop me in the past. I pride myself on being a woman of logic and reason. I've no time to waste on such matters. As I say, seek out Mr. Shoulder. He can tell you more. Where is Hobbs Barrow? I don't know. I say that on my mother's grave, Miss Berman. Hmm. I now find that hard to believe. The more is vast, lass. I tend not to go wondering out there. A grown man could lose himself and not be seen again. Hmm. I shall return later. Good day to you, lass. Hmm. Hmm. Also, ich finde das ja schon sehr stimmungsvoll, muss ich sagen. Auch mit der sehr gelungenen Synchronisation. Übrigens, im Gegensatz zu anderen Spielen, die ich sonst natürlich hier auf dem Kanal gespielt habe, gibt es keine deutsche Sprachausgabe. Es gibt auch keine deutschen Untertitel. Das finde ich ein bisschen schade. Normalerweise würde ich die sonst einschalten. Aber, da müssen wir jetzt durch. Hmm. 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 Auch mal haben wir jetzt eine Karte. Hmm. Und wir haben ein paar Gegenstände. Da können wir ja noch mal gucken. Wir haben die Briefe, die uns geschrieben wurden. Wir haben, wie eine Dame von Welten, natürlich ein Taschenbuch, unseren Zimmerschlüssel, eine Schachtel mit Streichholzern und einen Handschuh. Ist es nur ein Handschuh? Ja, stimmt. Ich glaube, den haben wir irgendwo gefunden, wenn ich mich nicht beräumt. Dann haben wir eine To-Do-Liste. Da sehen wir, was wir machen müssen, falls wir es nicht mehr erinnern. Oh. Und so. Wo läuft das? Man muss natürlich schon sagen, es ist auffallend, dass die Leute hier alle so ein bisschen eigentümig sind. Man könnte auch sagen, Dieser Mann ist sehr, sehr fadenscheinig. Und scheinig. Okay. So. 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 Ich glaube fast, dass wir ihn jetzt nicht nach Hobbs Barrow fragen müssen. Aber ich mache es trotzdem. So. 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 Ah, ich nehme ein Muster wahr. Ich finde es ein bisschen schade, dass es so grobpixelig ist, also man hätte es durchaus auch in Pixelart machen können mit höherer Auflösung. Zumal sie ja auch versuchen zum Beispiel so ein bisschen Parallax Crawling mit reinzubauen. Das also offensichtlich mal mit verschiedenen Ebenen arbeitet und so. Und dann könnte man natürlich irgendwie die Figur noch ein bisschen und auch die Hintergründe etwas detaillierter machen. Aber wer weiß, vielleicht passt es ja zur Grundstellung. Danke, Mr. Crozier. Are you a Bewley native, Mr. Crozier? Aye, born and bred. Das war me father's forge, bevor mine. Do you know a man by the name of Leonard Shoulder? Oh, aye. Old Leonard. Have you seen him recently? No, not recently. Do you know where he lives? Why all these questions, lass? I need to speak with him. He invited me to Bewley. Oh, he'll turn up. I've seen him in the plough and furrow from time to time. But do you know where he lives? I need to find him. I believe he lives somewhere out on the moors. Can't tell you out more than that. Thank you, Mr. Crozier. Do you know of a local landmark named Hob's Barrow? There's a fair many barrows found out on the moors, lass. Too many to put a name to. Not a soul in Bewley pays them any mind. Hm. What can you tell me about Bewley? We don't get many visitors here, outside of market days. But there's plenty of work for the village blacksmith. Where are you from, then? I arrived yesterday on the train from London, by way of Derby. Oh, aye. I've heard about London. What have you heard? Plenty of factories there. Yes, indeed. The city is always changing and moving forward. Too busy for me, though, lass. I prefer a quieter pace. Aye. When do market days run in Bewley? Once or twice a month. The next one is tomorrow. How delightful. Unless your vice is cabbages, they'll be not to interest a young lady. I don't mind a cabbage. Then you're in luck. Thanks for your time. Aye. Speak to you later. Na, das war doch eine erfreuliche Konversation. Also zumindest erfreulicher als die anderen. The bucket is rusty and full of holes. This must belong to someone. I should leave it alone. In memory of George Paxton. In memory of Peter Black. In memory of William Ager. In memory of Barnaby Tillett. In memory of Mabel Hurst. In memory of Percival Roach. In memory of Benjamin Garkham. In memory of Romeo Hegg. Dearly missed by his beloved Juliet. In memory of Millicent Smith. In memory of Henry Crozier. Oh. Okay. Habe ich gerade mit dem gesprochen? Hello. Good day. Would you like to buy one of these cakes, Pet? What kind of cakes do you have? I have some lovely Bakewell puddings. The sweetest marriage of almond and jam. I can tell you're not from around here. Because if you were, you would know about my Bakewell puddings. They are quite famous. Alas. I'm not carrying any money with me. That's unfortunate, Pet. I'm sorry. I can't give them away for free. The money goes to the church, you see. And one cannot shirk one's duty to the church. I understand. My name is Thomasina. What's yours? Mrs De Plancy. A pleasure to meet you, Mrs De Plancy. Likewise, Pet. Tell me about yourself, Mrs De Plancy. About me? What would you possibly want to know about me? I... I've been attending St Edmund's Church my whole life. I always want to help where I can. So I sell my baked goods and all the proceeds go to its upkeep. This place means so much to me. Your cakes look delicious. I can assure you they are. You'll not find better in the entire county. What can you tell me about St Edmund's Church? Isn't it the finest building? It's been standing here since the 12th century. The box pews in the nave are very fine and date back to the 17th century. The door is open if you'd like to worship. Thank you, Mrs De Plancy. Do you know a local man called Leonard Shoulder? Yes, I know Leonard. What business do you have with him? It's a long story but I'm trying to find where he lives. I'm afraid I don't know, dear. Father Roach has access to the parish register. He might be able to help you. What can you tell me about Father Roach? He is a lovely man and an exemplary servant of the Lord. He's been the Vicar of St Edmund's for many years. Where can I find Father Roach? At this time of day, he'll be taking his exercise in Hearnwood to the west of the village. Thank you. I'll go find him. Be sure to listen out for his merry whistling. Such a jolly man. What do you know of Hobbs Barrow? Hobbs what? Hobbs Barrow, a local burial mound. The only place of burial I know about and care for is in this very churchyard. Thank you for your time. Lord be with you. Goodness me, look at these box pews. I've never seen any as tall as that before. Most unusual architecture, even for the Normans. Hmm. Someone has left a necklace hanging here. Someone has left a necklace hanging here. A silver cross. Sterling by the look of it. Maybe I can reunite it with its owner. I've no time for such things. Sie möchte sich nicht den Altar angucken. I can admire the craftsmanship from afar. Hello, good day. Hm, nee. Ich dachte, man kann sie jetzt gleich auf den Anhänger ansprechen. Kann man aber hoffentlich nicht, nicht. Wo ist der? Wo kann ich Father Roach wieder finden? At this time of day, wird er sein Überschuss in Hearnwood, zum Westen der Stadt. Thank you, Mrs. De Plancy. Thank you for your time. Lord, be with you. Dann heißt das wohl, go west. It's locked. Erschreckend schönes Lütter. Oh, ich führe tatsächlich jemanden pfeifen. Die Frage gehen wir einfach links. Tatsächlich. No, ich weiß. Okay, das hätte ich damit. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du Arbeitstieg." Soll es dich? Schön. Musik 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 Ich bin sehr entschuldig. Oh, das Schade. Diese Malaise wird nicht passieren. Oh, eine Nausea. Ich brauche deine Hilfe, Frau Frau. Tell me, was du brauchst. Letzter Blut von meinem Arm. Entschuldigung? Cut me. Ich bedanke dich. Ouch! Der Lensbrochen ist extrem stark. Ich bin nicht näher. Es schmeißig. Hm. Vielleicht sollte ich nicht solle diese Blut, um es zu finden. Hm. Ich bin sicher, das ist der einzige Weg, Frau? Ich bedanke dich. Es ist der einzige Kürz für diese Tordnungsmeldung. Oh ich habe gar nichts zum schneiden dabei. Selbst wenn ich wollte. Don't leave. You must help me. Okay. Dann machen wir wohl jetzt hier unglaubliche Dinge. Okay. Du bist sicher, dass ich das mache? Ja. Das wird mir von meinen Körnchen beherren. Ich werde soe ich sagen, Vater. Ich werde soe ich dir, Vater. Okay. 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 Ich danke dir, Herr Herr, für meine Schraubung. Gott schütze dich. Ich fühle mich schon ziemlich gut. Ich bin froh, Vater. Die Räppigstehöhungen der Blutletting können nicht überstattet werden. Ich bin Frederick Roach, Vicar von St. Edmunds Church. Mein Name ist Thomas I Nabateman. Es ist ein Freude zu treffen. Ich bin ja kein Mediziner. Ich bezweifle doch ernsthaft, dass einfach nur ausbluten irgendeine Medizin schonmittelbare Wirkung ist. Ich weiß es nicht. Sehr egal, nicht auf alle Fälle. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich habe nur ein Rotten Berry. Ich habe nur ein Rotten Berry. Das alles. Ich würde gerne einen Blackberry für mein Supper. Sie sind ziemlich lecker. Sie sind ziemlich lecker, als du mindst die Bramble. Meine Entschuldigung wieder. Ich wünsche mir noch ein paar Mal. Ich bin froh. In unserer sehr eigenen St. Edmunds. Es ist ziemlich die Geschichte. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Als eine frische Tempest raged. Und lo! Die Wasser brachte sie, dann in die Pue. Ich bin froh. Ich bin froh. Du bist in deinem Rolle, Vater. Ja. Als meine Mutter mir die Geschichte als junger Junge erzählte, wusste ich, dass das mein Gebet war. Okay. Doch. Also so Sachen mit Blut finde ich ja immer ... Also selbst wenn es nicht so grafisch explizit ist, brauche ich nicht. Ich bin froh. St. Edmunds ist ein guter building. Danke für dich zu sagen. Es ist hart hart, hier in guter Weise. Aber unsere Congregulation ist immer willig zu lendern, in der Lord's Name. Was ist es wie der Vicar hier? Every day ist ein blessing, mein Kind. Ich habe eine große Liebe für unsere Parische, und der Lord schaut nach uns. Was für Ihre Congregulation? Numbers haben ... ... fallen ... ... über die Jahre, ich muss sagen. Aber ... ... die bleiben sind ... ... und ... ... voll von His Spirit. Ich bin für Mr. Leonard. Scholder. Oh, ja. Are you a ... ... relative? No. Es ist eine lange Geschichte, aber er hat mich in Beule. Und er hat dir nicht gesagt, seine address? Er war zu treffen, zu mir in der Nacht, in der Plough & Furrow, aber er nie kam. Ich verstehe. Ich verstehe. Also, ich begrüße Sie zu Beuley, auf seine Stelle. Danke, Vater. Do you know, wo Mr. Scholder ist? Ich denke. Es hat viele Monate seitdem ich ihn zu besuchen. Vielleicht kannst du mich mal schauen, an der Parische Register? Nein. Ich erinnere mich jetzt. Ein fairer Weg nach den Moors. Können Sie bitte mir die Richtung? Ich werde dich da selbst. Ich werde dich da selbst. Es ist das wenigstens ich können, nachdem du mich hat. Kapital. Danke. Ich werde mich wissen, wenn du bereitst. Ich werde hier sein. Ich werde hier für den Zeitpunkt. Okay. 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 Ich werde mich überlegen. Ich bin sehr beschäftigt. 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 Oh, 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 oh. Der Weg ist über den Horizont. Ich sehe nichts, aber Morland. Das finde ich eine sehr gute Idee und das ist auch sehr sinnvoll. Gut, also dann scheint es doch so, als ob wir hier nicht groß sind. Sie kennen einen Mann, der Leonard Shoulder? Nein. Auf Wiedersehen. Sie sind nicht mein Mann zu nehmen. Dampen Ragdons haben sich gelegt, in der dreary Sonne gelegt. Guten Tag, kleiner Junge. Was ist dein Name? Hallo, Frau. Ich bin Jane und das ist mein Bruder, Wally. Schön, dich zu treffen. Ich bin Thomasina. Ich zeige sie zu meinen Dollen, aber sie sind aus dem Moment. Das ist eine schöne kleine Becke. Es ist wo wir die Wasser bekommen, Frau. Es ist gut für trinken und zu schütteln. Ihre Dollen sieht schön aus, Jane. Danke, Frau. Ich liebe sie sehr viel. Heute war der Baste. Wally sagt nicht viel. Er ist mit mir, weil er schüttelt, Frau. Er denkt, er ist zu alt, um zu spielen zu spielen. Ich verstehe. Wo sind deine Eltern? Sie schütteln. Sie schütteln apples aus dem großen Baum in unserer Küche. Dad und ich sie auf dem Markt verkaufen. Das klingt schön. Aber sie müssen uns nicht spielen auf dem Becke. Sobald wir nicht die Ammon's Horn. Was ist die Ammon's Horn? Es ist dort, auf dem Rock. Du meinst das Fossil? Es ist das Ammon's Horn. Daddy sagte, wir sollten es niemals touchen. Es wird den Gott angreifen. Was Gott? Ammon natürlich. Natürlich. Ja. Ja. Da muss ich ja sagen, als Pädagoge ist mir schon daran gelegen, dass man da, wo man Fakten anbringen kann, sie auch bringen kann. Jane, das ist ein Fossil. Es ist ein Horn. Was ist ein Fossil, Miss? Ein Fossil ist eine Impression von einer Prä-Historic-Plant oder Anmall, imbeden in Rock und in Petrified Form. Das particular Anmall wurde ein Ammonite. Ich bin confused. Es ist nicht ein Horn? Nein. Es ist die Impression von einem lang-dead-Sea-Creatur. Ich glaube, mein Vater. Er ist nicht zu mir. Dein Vater ist etwas falsch. Denn die Ammoniten haben ihren Namen gegeben für den egyptischen Gott, Ammon. Siehst du? Ich habe gesagt, es ist der Horn von Ammon. Mein Vater ist immer richtig. Ja, nein, nein. Du kennst einen alten Mann, den Namen Leonard Scholder? Nein, Miss. Du kennst von einem Ort, den Namen Hobbes Barrow? Ich... Jane! Nein, Miss. Bist du sicher? Ich schwöre. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Miss. Auf Wiedersehen. 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 Abschließen und dann geht es natürlich aber direkt weiter hier in der nächsten Folge von The Excavation of Ops Barrel. So richtig viel excavated haben wir ja noch nicht, aber hoffentlich dann vielleicht in der nächsten Folge. Bis dahin! Herzlichen Dank fürs Zuschauen! Lasst gern eure Meinung zum Video in den Kommentaren da oder klickt die entsprechenden Buttons. Meine ganzen Let's Plays gibt es auch als Playlisten auf YouTube oder Peertube, wo ihr mir gerne folgen könnt. Die Links gibt es unten in der Beschreibung. Bis denn dann!